Fans des Marvel Cinematic Universe lieben es, in ihren Lieblingsfilmen nach Easter Eggs und Anspielungen zu suchen. Allerdings sind einige versteckte Hinweise schwieriger zu finden als andere. Hier sind ein paar Easter Eggs, für deren Entdeckung das Publikum mehrere Jahre gebraucht hat. Als allererster Film des Marvel Cinematic Universe unterscheidet sich Iron Man in vielerlei Hinsicht von den Dutzenden von Erweiterungen, Sequels und Spinoffs, die danach erschienen sind. Es gibt Bezüge zu Konflikten in der realen Welt, keine Team-Up-Action und... Augenblick mal! Das ist nicht Don Cheadle! Eine Sache, die das Mega-Franchise jedoch von Anfang an hatte, sind jede Menge Easter Eggs und versteckte Hinweise, die die aufmerksamen Fans zu schätzen wissen. Die versteckten Details in Iron Man sind zwar zahlreich, aber das bedeutet nicht, dass sie alle leicht zu finden sind. Bei einem bestimmten Easter Egg haben die Fans sogar ein gutes Jahrzehnt gebraucht, um es zu entdecken. Tony Starks letzter Widersacher in Iron Man ist Obadiah Stane, sein ehemaliger Mentor und Manager von Stark Industries. Zu Beginn ist da eine recht sympathische Erscheinung, angetrieben von dem Jeff Bridges-typischen Charisma, das sogar durch Stanes makellose Anzüge und seiner Chromhaube hindurchschimmert. Doch dahinter verbirgt sich eine düstere Realität. Tatsächlich war Stane derjenige, der Tonys Entführung durch die mysteriöse Organisation der Zehn-Ringe vorbereitet hat, um selbst den CEO-Posten zu übernehmen. Im explosiven Höhepunkt des Films zieht sich Stane schließlich den Iron-Monger-Anzug an und verschafft Tony seine erste Kostprobe im Kampf gegen Superschurken. Im Jahr 2018 bemerkte der Reddit-Nutzer Halitor Horse, dass Stane seine wahren Absichten bereits nach etwa einer Stunde des Films andeutet, indem er einfach hinter einem Flügel sitzt und eine schwungvolle Melodie spielt. Auch wenn die Szene unscheinbar aussieht, handelt es sich bei dem Mann hinter der Komposition, die Stane spielt, in Wirklichkeit um Antonio Selleri, einem Komponisten aus dem 18. Jahrhundert, der in dem 1984er mit dem Oscar ausgezeichneten Film Amadeus als Mörder von Wolfgang Amadeus Mozart dargestellt wurde. Es gibt zwar keine historischen Beweise dafür, dass Selleri Mozart wirklich getötet hat, aber die Version des Komponisten, die von F. Murray Abraham gespielt wird, spiegelt Stanes Rolle in Iron Man unheimlich gut wider. Schließlich sind sowohl Stane als auch Selleri ältere, wenig brillante Talente, die das Prestige der jüngeren, berühmten Genies so sehr beneiden, dass sie ihren jeweiligen Untergang planen. Guardians of the Galaxy ist eine wahre Fundgrube an versteckten Anspielungen, die Regisseur James Gunn lange Zeit nicht preisgeben wollte. Nicht einmal an Chris Pratt und die anderen Stars seines Films. Obwohl der Film bereits 2014 herauskam, könnte es immer noch Geheimnisse geben, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Denn Gunn hat schon seit Jahren angedeutet, dass eine große Entdeckung lange Zeit unbemerkt geblieben ist. Im April 2020 gab der Regisseur jedoch zu, dass ein großer Teil des letzten großen Guardians of the Galaxy Easter Eggs entdeckt wurde. Einige denken, dass es ein Hinweis darauf sein könnte, dass Peter Quills Mutter Meredith, gespielt von Laura Haddock, in Wirklichkeit eine kosmische Kraft ist, die als Eternity bekannt ist und das Universum selbst verkörpert. Ob das tatsächlich der Fall ist, sei dahingestellt. Jedenfalls haben die Fans in der Blockbuster-Komödie jede Menge Easter Eggs entdeckt, die ihr Geld wert sind. Im Jahr 2018, ganze vier Jahre nach der Veröffentlichung des Films, bestätigte Gunn ein bisher unentdecktes Easter Egg, in dem Stan Lees Cameo-Auftritt auf subtile Weise Lees' berühmte Phrase Excelsior in der Skull-Sprache enthält. Erst im Februar 2021 wies der Regisseur auf Twitter die Theorie zurück, dass sich in Merediths Gehirnscans ein Bild von Peters Vater Ego versteckt und verriet beiläufig, dass die Gehirnscans ursprünglich noch ein weiteres Easter Egg enthielten, das möglicherweise in der Endfassung enthalten ist. Und dabei ist Guardians of the Galaxy Vol. 2 noch gar nicht mitgezählt, der seine eigenen Geheimnisse für wissbegierige Fans bereithält, die es auszudecken gilt. Der 2. Februar 2018 war ein guter Tag für Doctor Strange, Regisseur Scott Derrickson. Ein Adlerauge von einem Fan hat es endlich geschafft, eines seiner liebsten Easter Eggs zu entdecken, das er in dem Film versteckt hatte. In einem Retweet kommentierte Derrickson diese Entdeckung. Ich habe zwei Jahre darauf gewartet, dass es jemandem auffällt. Twitter-Nutzer Tim Delighton war der Erste, der auf das Easter Egg hinwies, welches verrät, dass eines der dramatischsten Ereignisse des Films, der Autounfall, bei dem sich Doctor Strange schwer an den Händen verletzt, an einem ganz bestimmten Datum stattfindet. Als Doctor Strange überlegt, welches seiner teuren Uhren er zu der Konferenz tragen soll, vor der er schließlich verunglückt, verrät ein kurzer Blick auf das Ziffernblatt seiner Uhr, das jetzt sich um den 2. Februar handelt, den sogenannten Momeltiertag. Der Momeltiertag ist nicht nur ein sehr realer Feiertag, an dem ein Nageltier in Pennsylvania das Wetter für die kommende Saison verhersagt, sondern auch der Name der legendären Zeitschleifen Komödie aus dem Jahr 1993 mit dem ebenso legendären Bill Murray in der Hauptrolle. Als Wetterfrosch, der nach Punxs to Tony geschickt wird, um über die jährlichen Festivitäten zu berichten, erlebt Murrays Figur Phil Connors den Momeltiertag immer und immer wieder und ist dazu verdammt, den 2. Februar bis in alle Ewigkeit zu erleben, solange er nicht irgendwie einen Ausweg findet. Die Referenz ist mehr als nur eine Anspielung auf den Komödien-Klassiker. Sie ist auch eine subtile Andeutung auf die Zukunft des Doktors. Schließlich gewinnt Doctor Strange seinen scheinbar aussichtlosen Kampf gegen den mächtigen Dormammu, indem er den mächtigen Bösewicht in einer Zeitschleife im Stil von und täglich grüßt das Momeltier gefangen hält und ihn dazu verdammt, die Konfrontation immer und immer wieder zu durchleben, bis er frustriert ist und aufgibt. Hier geht's zu einem unserer neuesten Videos. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über eure liebsten Marvel-Filme. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen!